Anzeige Die Union verliert einer Umfrage zufolge an Zustimmung. Im Insameinungstrend für die Bild-Zeitung, Dienstag, fällt die CDU-CSU mit 34,5 Prozent, minus 2 Prozentpunkte, auf den niedrigsten Wertseidner SPD, 16 Prozent, FDP, 9 Prozent, und Linke, 8,5 Prozent, legten im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt, die Grünen, 17,5 Prozent, gewinnen einen halben Prozentpunkt, die AfD, 10,5 Prozent, gibt. Damit wäre weiterhin rechnerisch sowohl eine neue große Koalition aus CDU-CSU und SPD, zusammen 50,5 Prozent, möglich als auch eine Koalition aus Union und Grünen, zusammen 52. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020